Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaus- und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 10.12.2013, 18.50 Uhr ganz genau und wir blicken aus bullischer Sicht auf einen verlustreichen Tag auf die Aktienindizes. Der DAX knapp 1% im Minus, ebenfalls wie der Eurostox, aber auch der Dow Jones und der S&P zeigen sich heute leicht schwächer. Einzig der technische Nasdaq konnte heute ein wenig zulegen, pendelt gerade so mal im Plus mit 0,03% aktuell. Der große Gewinner letztendlich, muss man sagen, waren heute die Edelmetalle. Gold und Silber, da ging es heute kräftig nach oben, knapp 2% im Gold aktuell. Brent konnte sich ein wenig stabilisieren, WTI zog an und der US-Dollar gab ein wenig nach. Beginnen wir erst mit den Edelmetallen hier. Gold stößt jetzt an einen stärkeren Widerstand, aktuell bei 1270 US-Dollar. Wir sahen schon kurzfristig hier die erste Reaktion an dieser kleinen roten Kerze. Da kann jetzt mehr draus werden, denn auf dem Tageschart ist das nicht ganz unbedeutend, diese Linie hier. Und ein Rücksetzer wäre denkbar bis in den Bereich von 1247 US-Dollar. Da ist er kurzfristig dann technisch unterstützt. Geht es auch darunter, wären die nächsten Stationen 1215 und dann wird es interessant bei 1187 US-Dollar. Da könnte er möglicherweise dann nach oben abdrehen. Sollte er hingegen hier die 1272er Marke nach oben hin aushebeln, hätten wir Platz bis in den Bereich von 1305 US-Dollar pro Verein. Und erst über 1310 würden wir dann hier den tagesabwärts geneigten Trendkanal inklusive Ishimoku-Wolke auf dem Tagesschart nach oben brechen. Dann würde sich das Bild deutlich erhellen, deutlich aufhellen und dann hätten wir Platz nach oben. Also jetzt kurzfristig hier möglicherweise ein Rücksetzer bis 1250. Bullisch erst wieder ab 1271. Im Silber, da sieht es ähnlich bullisch aus. Wir konnten hier eine kleine Trendwende vollziehen. Auch interessant hier diese mögliche inverse SKS im Bereich von 19 US-Dollar pro Verein. Unser Silber kommen aber auch jetzt hier an einen Widerstand, der es durchaus in sich hat. Bei 2060, bei 2080 und bei 2220 kommen durchaus nochmal stärkere Widerstände. Also er ist temporär leicht bullisch. Da hat sich das Stimmungsbild leicht gewandelt. Wir sehen das auch hier, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und alles das, was wir hier sehen, könnte bislang nur als Korrektur im völlig intakten Abwärtstrend gesehen werden. Bullisch wird es hier erst über der 22er Marke und dann könnten wir bis in den Bereich von 23 bzw. 24 US-Dollar ansteigen. WTI, stark, konnte heute wieder einiges an den Weg zurücklegen in Richtung Norden, was natürlich positiv ist. Sind aber kurzfristig hier an einem Widerstand bei 98, 80 US-Dollar pro Barrel WTI. Das könnte möglicherweise für eine kleine Korrektur sorgen. Er ist noch gut unterstützt im Bereich von konkret hier dieser Durchbruchsmarke bei 97 US-Dollar. Bullischer wird es konkret dann über diesem aktuell kurzfristigen Widerstand. Sollte die Korrektur tiefer gehen, müsste man mit Kursen im Bereich, und da gehen wir jetzt mal auf den H4-Chart, müsste man mit dem Bereich von 96 bis 95, 50 Dollar rechnen. Spätestens da sollte er aber wieder ansteigen können. Was unsere Euro-US-Dollar-Prognose angeht, da sind wir immer noch long eingestellt mit einem Kursziel vom aktuellen Jahreshoch. Hier von 1,38, 23 US-Dollar pro Euro. Wir hatten das 78, 6er bzw. 76, 4er Retracement. Ungefähr bei 1,37, 15 US-Dollar pro Euro aushebeln können. Das führte hier zu einem schönen aufwärtsgerichteten Schub. 65 Pips ging es nach oben. Im Vergleich beispielsweise zum britischen Fund, der heute sich ein wenig schwächer zeigte, ist das durchaus in Ordnung. Also die Prognose ging hier auf. Wir haben jetzt noch Platz bis 1,38, 27. Eine Korrektur spätestens sollte entweder hier am gebrochenen 76er oder aber im Bereich dieser Trendlinie abgefangen werden. Also in diesem Bereich hier hätten wir schlichtweg noch sehr, sehr starke Unterstützungen vorhanden. Der britische Fund-US-Dollar, auf den kommen wir jetzt zu sprechen, da hat er hier diese bullische Flagge getriggert, nachdem er diese Seitwärtsphase nach oben bullisch verlassen hat. Wir sehen jetzt leichte Umkehrsignale. Nichtsdestotrotz scheint dieses letzte hoch zu halten. Wir bleiben immer noch bullisch eingestellt. Man muss auch aus übergeordneter Sicht einfach sagen, selbst wenn er hier nochmal eine Korrektur letztendlich einleitet, er ist immer noch unterstützt auf dem H4-Chart durch die bullische Flagge und er ist noch unterstützt durch die Tages-Seitwärtsphase hier unten. Also eine größere Korrektur sollte nicht überraschen, aber sie ist etwas unwahrscheinlicher als der bullische Fortgang. Kurzfristig gesehen sehen wir hier, dass er immer wieder im Bereich von 1,6420 anfängt zu steigen. Wir haben auch hier noch kurzfristig diese Trendlinie und auf der pendelt er so ein bisschen herum. Es könnte dann, wenn wir in den sehr, sehr kleinen Timeframe gehen, hier beispielsweise in den M5-Chart, auch nochmal interessant sein, wenn wir diese Situation, diese einkeilende Situation bullisch auflösen. Alles insgesamt, muss man sagen, er ist weiterhin bullisch und aufwärtsgerichtet. Der Neuseeländisch-Dollar, der zog heute ein bisschen stärker an. Stärker war auch der australische Dollar. Ich meine, die kamen ja ziemlich stark unter Druck, die Rohstoffwährungen. Australisch-Dollar, US-Dollar, Aussie, Neuseeländisch-Dollar, US-Dollar, Kiwi und US-Dollar, Kanadisch-Dollar bzw. Kanadisch-Dollar, Kendo, wie man sie so schön sagt. Die sind hier durchaus in den letzten Wochen und Tagen unter Druck gekommen, auch aufgrund der stark gefallenen Rohstoffpreise. Es sind ja Rohstoffwährungen und da sind natürlich schwächende Rohstoffpreise nicht gerade positiv. Sie sind zwar nicht das einzige Kriterium für die Bewertung von Stärke und Schwäche, aber es gibt natürlich durchaus eine Korrelation. Nichtsdestotrotz muss man sagen, NZD-US-Dollar weiterhin long über 0,82,50. Erst darunter könnte es kritisch werden. Wir haben zwar hier noch ein kleines Gap unten offen, aber das wird vermutlich erst dann geschlossen, wenn wir wieder hier zurück in den Abwärtstrend letztendlich zurückkommen. Kurzfristig, wie gesagt, hier ist er jetzt in so einer kleinen aufwärtsgerichteten Trendsituation unterwegs, aber die hebeln wir vermutlich auch aus. Also das heißt, Bullisher wird es sehr wahrscheinlich erst hier drunter, dann mit einem Kursziel, das wäre ein möglicher Short-Trade bei 0,80,11, inklusive Gap-Close, dann könnte er sich hier wieder stabilisieren. Solange er aber jetzt über diesem abwärtsgeneigten, gebrochenen Trendkanal tendiert, hat er die Möglichkeit bis 0,84,12 ansteigen zu können. Euro-Yen hat gesagt, er ist sehr bullish, der Yen ist extrem schwach und diesbezüglich ist es natürlich fraglich, ob man in so einem massiven Aufwärtstrend überhaupt Short-Position bevorzugt. Es ist aus meiner Sicht, glaube ich, frustrierend, wenn man hier in so einem Aufwärtstrend immer in die Gegenposition letztendlich sich versetzt und darauf hofft, dass der Trend dreht oder was auch immer. Nichtsdestotrotz bleiben wir dabei, er ist noch gut unterstützt bei 140,70, 140,10 und 139,20 japanischen Yen pro Euro. Interessant könnte es vielleicht auch im Neuseeländisch-Dollar japanisch Yen werden. Wir haben hier eine schöne Pullback-Situation, falls er den korrigieren sollte in diesem Bereich. Zweite Situation wäre auch momentan nicht zu unterschätzen, wenn er hier diese Konsolidierungsformation bullish auflöst, dann konkret über 85,75 japanischen Yen pro Neuseeländisch-Dollar, dann sollte es ja eigentlich weitergehen. Wird interessant, wie er ausbricht. Im Britisch-Fund-Kanadisch-Dollar, da hat sich wenig getan, um mal den ansprechen zu wollen. In diesem Bereich ist er immer noch seitwärts, hier unterstützt im Bereich von 1,73,24, Widerstand bei 1,75,50. Bullischer wird es erst, wenn wir die Range nach oben brechen, korrektiver, wenn wir die Range nach unten brechen. Also hier abwartende Haltung, bis er die Range tatsächlich verlassen hat. Und damit zu den Aktienindizes. Was hatten wir? Fangen wir mit dem Dow Jones an. Wir hatten hier zwei Szenarien. Bricht er die Seitwärts-Range kurzfristig hier auf dem M30-Jub Short? Short, sollte es Short gehen. Es kam dann hier zu einem 50-Pip-Apraller, Korrektur-Pullback und wieder 40 Pips. Also soweit kann man sagen, hat das einigermaßen funktioniert. Es ist jetzt nicht zu einem großen Sell-Off gekommen, aber das hatten wir jetzt auch nicht zwangsläufig erwartet. Die Situation hat sich ein wenig, ja, zeigt sich zumindest noch zwiespältig. Das werde ich nämlich am Nasdaq zeigen. Denn der Nasdaq ist durchaus, wenn wir uns den kurz anschauen, der ist weiterhin Bullish. Also da jetzt erst noch von extrem fallenden Kursen auszugehen. Zumindest gibt das aktuell die Chart-Analyse nicht her. Selbst im Fall einer Korrektur wäre er ja noch hier unterstützt, gegebenenfalls hier an dieser Trendlinie. Und erst darunter könnte es kritischer werden. Kurzfristig, wenn wir uns den H1-Chart mal angucken, dann scheinen wir hier einen stärkeren Widerstandsbereich zu haben. Bei konkret 3.531 Punkten. Da könnte es dann kurzfristig long gehen. Wäre auch eine interessante Scalping-Marke. Das nur soweit zum Nasdaq. Und wenn wir uns den S&P anschauen, so bärisch ist er jetzt nicht, wie es möglicherweise der Dow Jones vermuten lässt, nur weil wir hier auf dem M30-Chart eine Seitwärts-Range gebrochen haben. Kurzfristig, wie gesagt. Da ging es hier eben nach unten. Hat einigermaßen gut funktioniert. Er ist jetzt ein Widerstand, ganz, ganz klar. Solange er nicht über 16.020 Punkte ansteigt, ist er korrekturgefährdet. Bullischer wird es erst hier über 16.080 Punkten. Und korrektiv, wenn wir hier diese letzten Tiefs brechen, dann könnte es eventuell weiter nach unten gehen. Deswegen würde ich im Prinzip die Analyse jetzt aktuell so stehen lassen. Mit diesen Prognosepfeilen short unter 15.960 Punkten long über 16.080. Dann mit einem Kursziel bis in den Bereich von 16.170. Und dann muss man die Situation neu beurteilen. Als die europäischen Indizes, oder beginnen wir hier auch noch mal kurz mit dem Russell, der ist auch aktuell, beziehungsweise temporär hier kurzfristig unterstützt. Eventuell, und das ist momentan nur eine spekulative Annahme, könnte sich hier auch eine SKS-Formation ausbilden. Man sollte vorsichtig sein, ständig irgendwelche SKS-Formationen im aufwärtsgerichteten Trend zu sehen. Allerdings würde sich das Bild deutlich verschlechtern, wenn wir hier diese Nackenlinie brechen würden und gleichzeitig noch dieses letzte Tief hier brechen würden unter 1.115 Punkten. Dann wäre hier die Sache schon wesentlich bärischer. Das heißt, kurzfristig gesehen könnten sich die Aktienindizes stabilisieren, aus der amerikanischen Sicht, sage ich jetzt mal. Und bärischer wird es hier erst unter 1.115 Punkte im Marktbreiten Russell. Die europäischen Indizes sind ein bisschen schwächer. Der Eurostox hier auf dem Tageschart hat die Seitenformation, wobei das trifft es auch, die Seitwärtsrange natürlich, hier in dem Bereich von 3.000 Punkten bis 3.100 Punkten gebrochen und prallte schön daran ab. Bärische Impulse sind vermutlich unter 2.940 Punkten zu erwarten. Was den DAX anbelangt, der korrigierte heute auch durchaus. Also hier sind bärische Impulse noch mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal so, weil unter anderem wir haben nicht nur hier diese letzten Tiefs, wo wir uns gerade auch an dieser Trendlinie stabilisieren, sondern selbst wenn wir diese letzten Tiefs brechen, hier unten kommen zahlreiche Widerstände, also aus bärischer Sicht zahlreiche Widerstände, aus bullischer Sicht zahlreiche Unterstützungen. Das heißt spätestens im Bereich von 9.000 Punkten ist er relativ gut unterstützt. Sollte also jetzt hier ein Short-Impuls kommen, vermutlich wird er abgefangen bei 9.000 Punkten. Bullischer im DAX erst hier über der Marke von 9.225 Punkten. Das war es von meiner Stelle aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir hören uns morgen zum Forex am Morgen wieder. Und bis dahin sage ich Good Trades und wenn Sie mögen bis bald. Auf Wiedersehen.